Das war die D-Richtreis-Wechsel, ja. Achso. Stoß. Also, am Ende geht. Sechzehne. Und. Bitte warten, jede Karte nicht gut. Ja, bitte warten. Sechzehne. Ja, bitte warten. Das war's. Musik 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 So, holen wir mal raus, jetzt nicht holen. Und ich stelle mir das dann immer so vor, auch wenn man an Weihnachten aus dem Himmel auf die Erde schauen würde, dass die ganze Erde hell ist, dass sie nicht im Dunkeln liegt, sondern dass sie hell strahlt wie die Sonne. So hell kann die Erde werden, wenn auch ihr Frieden herrscht. Ein Zeichen dafür ist das Finstlicht, das wir in unserem Bistum, in unserer Landeskirche verteilen und zu den Menschen bringen, damit die Welt strahlt. Und mit diesem Licht ist die Wunschung verboten. Überwindet Streit. Setz dich nicht an die erste Stellung und versuch nicht, dass nur du gewinnst, sondern streck dich an, dass auch die anderen gewinnen. Dass auch die anderen fahren werden. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihung. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Licht der Hoffnung weckt, wie ein Licht aus steilen Klingen, wie ein Herz ein neues Bett, wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst das wahre Licht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihung. So ist Vergeben und Verzeihung. Der Himmel rönt sich überstand, da wir auf Wiedersehen, wir ruhen all in Gottes Hand, wir wollen auf Wiedersehen. Der Himmel rönt sich überstand, A.D. auf Wiedersehen, wir ruhen all in Gottes Hand, mit Wohl auf Wiedersehen. Du bist mit jedem Handel, gibt das Ende nicht mehr weit. Wir kommen her und gehen hin, und mit uns geht die Zeit. Der Himmel brüllt sich über sein, A.D. auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand, mit Wohl auf Wiedersehen. A.D. auf Wiedersehen.